Wir brauchen natürlich wieder Wasch. Lassen wir uns erstmal treffen. Warum auch nicht. Was soll ich da erst links hoch? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was es da gab. Äh, nee. Ist das nicht seltsam, die Schüsse von dem, wo er, ähm, von oben herausschießt, geht nicht durch den Boden. Die Schüsse zur Seite gehen aber durch alle Wände. Keine Energie. Noch einen Energietank. Es gibt... Ich kann nicht mal mehr als neun nehmen. Wahnsinn. Oh, das war dämlich. Waschkoil oder Waschtet? Nimm mir Waschkoil. Ich glaube, ich brauche das doch gar nicht mehr groß. Gab es irgendetwas, wenn man den besiegt hat? Aber egal. Da gab es auch nix. Den ignorieren wir. Jetzt müsste man wissen, ist es das wert, dass ich einmal Waschkoil benutze? Eine Hartmanns-Waffe. Ach, wobei, das lässt sich herausfinden. Ich schieße einfach so drauf. Äh, ja, toll. Ich mach's trotzdem mal. Das hat sich tierisch gelohnt. Und der nächste Gegner ist, ja, auch ein Bekannter, ne? Es sind immer Kopien. Irgendeiner ist der Richtige und man weiß nicht, welcher. Verdammt. Ah, wieder da oben. Jetzt muss aber der sein. Ja. Gut. Irgendwie hat ich's aber schwieriger in Erinnerung. Ich habe keiner vom Chance. Ich bin der Höheова. Ich bin der Höhen.